Was willst du? Morgen am kühlen Morgen, ey! Ja, du stehst vor dem Spiegel und vor dem Kristallglas Spiegel. Guck mal, sind wir cool hier. Das sind immer voll coole Leute. Das ist irgendwie Seitenverkehrt. Da ist nicht eigentlich. Warum bist du da richtig? Ja, jetzt überleg, jetzt drehe ich die Kamera um und dann sind wir wieder richtig. Sicher. Das ist falsch und da oben ist leicht. Da oben ist leicht. Haltstellungen. Cool. Und Bild. Äh, ne. Video. Video. Ja, ja, ja. So rum. Ne. Da oben. Symbolleiste, ach so. Ach so, manche ausblenden. Machen wir mal ausblenden. Blenden die mal ein. Nein, das Ding da oben. Da oben haben wir Dinge da. Da da. Ach da da. Da da. Was auch was zum Interessantes? Coole Effekte. Guck mal, haben wir denn für Effekte. Mach die unten rechts, die zweiten. Genau. Übernehmen. Ah, schön. Ach du. Ich bin zu groß. Ah. Scheiße. Ne, Herz. Scheiße, hab ich hier keine. Oh, da war ein Sträußlein. Wo ist das? Da unten. Da ist das. Ne, da. Das ist ja kacke oder verkehrtes. Da. Guck mal. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, hier. Aaaaaa. Moin, kochen Schokohinter. Du hast dich gleich zwar auf der Backe. Da. Ne, da. Alter. Ich bin raus Schokohinter. Ne. Aber ich darf mich hier blamieren und du machst nichts. Herzen. Aaaaaa. Ja, natürlich. Nicht Herzen. Guck mal, das ist das denn. Das ist da. Das. Wie geht denn alles in die falsche Richtung? Du, da muss ich aber hin. Ey! Geht nicht, bin ich aus dem Bild. Oh, guck mal, wo... Irgendwo! Hier! Da! Zerquetschen! Zerquetschen! Ich bin nicht dran, ich bin irgendwie falsch rum! Ich glaube nicht. Was hattet ihr im Zimmer? Käfer? Wer hat... Penelchen! Genau! Da! Deine Nase? Nein, folge diesen Finger! Da! Wir sind krank, ey! Waschen Zerquetschen! Luftschiff! Zerquetschen! Und noch mehr Blümchen! Awww! Voll aus dem Bild! Mach die ganze Leere nicht nur unter dem Alien! Zu spät! Alien! Awww! Das ist mein Englisch! Das ist mein Englisch! Das ist mein Englisch! Naja, ich veritiere das Zerquetschen und da... und da... Kuh-Scheiße! Kuh-Scheiße! Ruhe! Kuh-Scheiße! Cool, ne? Hände warst nicht vergessen, ne? Oh! Vom Essen! Irgendwie hat sich gerade angenehmt... Nein! Du liest es nicht vor! Nein! Das ist nicht Wolf! Ich hab's nicht mehr ausgesprochen, ne? Ich hab's nicht mehr ausgesprochen, ne? Awww! Ist halt schön! Sondern das ist eigentlich die ganze Scheiße? Was? Awww! Ich hab im Kopf von deiner Bastel! Ich mach einfach den Laptop ein bisschen hoch! Scheiße! Das ist doch... Ich muss schrumpfen! Ja, nicht du! Ich will mir einen Stuhl! Au! Au! Musst du erst mal frei räumen, ne? Da muss ich jetzt... RUPPER! 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 Ey, wüsst ich nicht echt... Halt dich einfach auf deinen Koffer! Voller Assi-Bauer, ey! Voller Assi-Bauer! Awww! Mit Niveau! Näh! Ohne Niveau! Hahahaha! Bild! Daaa... 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 Das für ein Scheiße! Ey... Sein Teppich wehrt sich! Ja... Das würdest du mich auch wehren! Wow! Ihhh, da klingelt jemand bei Pio! Da ist die Wand zufällig! Die ist noch sooo weit weg! So weit! Sooo... Sooo... Wo ist die Kamera? Sooo weit! Sooo weit! Ah! Fußangraben! Scheiße! Oh, guck mal! Da ist Party gewesen. Kann ja, das sind irgendwo Einstellungen. Also... Player. No preview. Ja, aber wir auch nichts wiedergeben. Da war keine Info. Hätte ich ja auch sagen können, dass einfach nur die Info zur Kamera ist. Die hat auch wieder zu. Glicke drauf, genau! Das ist ein komisches Info. Immer wieder da, ne? Ich hatte es schon mal einstellen können. Irgendwo. Guck, wir sind weg. Ja, wir sind im Internet. Internet. Guck mal, da hinten drin sind die Schlepperfotos. Ach, da! Wo hängen da Schlepperfotos? Ich kann ja die Zeitschrift stellen. Und alle sind ja so Bauern. Wir können auch nett Bauern sein und große, dicke, fette Autos mögen. Die ganz zufälligerweise Traktoren sind. Und... Ah, was ist das denn? Was ist das denn? Ah! Ich bin so ein Junge! Ich sage jetzt nicht, dass wir nichts. Ah, hier. Nein! Du kommst wieder weg! Nein! Das geht auch wieder wunderbar, ey! Das ist mein Krebs! Nein! Nein! Boah! Nee! Wo kommt denn Helligkeit her? Oh, er wird immer heller! Oh, das ist irgendwie so dunkel. Oh, er hat viel zu hell! Beleuchtungsausgleich aus! Er tut immer noch hell! Mach den an, mach das wieder aus. Ja! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich hab eigentlich noch vorhin, was die anderen beiden Dinger da rum sind. Jetzt müssen wir wieder reinfinden. Nein, das war's nett! Eigenschaften, da! Abbild! Was abbild! Helligkeit! Ich weiß noch ganz oben, Kontrast! Warte mal, was ist das? Wohnzimmer, Arbeitszimmer? Hier! Arbeitszimmer! Schlafzimmer! Das ist dasselbe Büro! Noch dunkler! Schöner Haut! Konferenz! Oh, das wäre aber dunkler! Wohnzimmer! Standart! Standart! Sonic! Oh! Bewölkt! Ednerisch! Nacht! Das hatte ich drin, das weiß ich noch! Ist auch schon hell! Ja, das war das einzige! Guck mal, hier! Arbeitszimmer! Mein Arbeitszimmer ist so hell, ey! Kammer! Ich muss doch mitnehmen, ne? Geht nicht! Nein, weil du mit nem Video bist! Oh nein! Scheiße! Geht alles nicht! Lass mal das mal! Wobei ist das? Wie ist das? Futsch, boah! Na, ist nicht viel sch... Download Manager Mann! Feierabox! Blablabla! Blub! Ich glaube, wir machen mal aus, ne? Das ist schon abklang! Tschüss!